Der Stab ist schon ordentlich bezahlt. Naja, nochmal ins Gesicht. Pau! Das ist natürlich nice. Oh, lass mich raten, die... Werden die kaputt machen? Geht doch. Okay, ob das Rodderfallen hier so hilfreich war, weiß ich jetzt nicht. Es war sehr hilfreich. Oh, das war klar. Oh, schießen ist unfair. Aua! Mann. Ich knüppel Keile! Ja! Juhu, lauf, Son Goku! Okay, wenn man dann... Ne, hä? Na, komm schon. Was soll denn hier gewesen sein? So. Wow! Okay, das ging ja noch. Au! Wow. Dass man sowas auch nicht abwehren kann. Oh doch, kann man. Okay. Los! Ich würde gerne die Spikes irgendwie schleudern, aber... So Wurf-Moves gibt's hier anscheinend nicht. Wow. Bäm! Da hat er nochmal ordentlich Knüppel vom Stein gezogen. Ja. Da ist wieder was für mein Stab. Wo ich den Namen vergessen hab. Aber es ist nicht so wichtig. Das ist die Frage... Wo ich längs muss. Und wo es was gegeben hätte. Hier sieht ATM so aus, als ob ich hier... Au! Oh! Längs müsste. Oh, das war natürlich Epic Fail. Okay. Oh, Mann! Okay. Und das wahrscheinlich alles auch wieder nur für einen fucking Hamburger oder so. Was mir jetzt aber auch recht wär. Komm doch! Arsch! Na? Super! Bulmers Hasenohren! Ich weiß, dass sie irgendwann das Kostüm anhatte, aber ich glaub noch nicht so früh. Fuck you. Wenn ich jetzt so in den Kampf reingehe, dann steh ich schon locker. Boah, das ist doch mies. Wie predicted hat. Wie soll der ein lila Ding an? Sind doch alle bis jetzt nur grün und so einen Scheiß an. Au, Raketen! Okay. Man kann also nicht einfach so Dinger spammen, man muss die richtig aufladen. No! Bam! Ja, ich hau ihn durch die Wand. Nein, erstmal hier hin. Okay. Boah. Nix ist, du wolltest grad schießen. Kapau! Hab ich grad ein Leben bekommen, weil ich ne 100.000 Punkte übertroffen hab. Das wär nice. Oh. Oh. Schönen wir die scheiß Hunde. Mann. Au. 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 Mein Apfel! Ah! Hunger! Hör. 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 Ah. Frisch ein sehr wenig Leben hab ich schon. Autsch! Nicer Move. Okay. Wer weiß, wo ich auch grad irgendwo hingehe. Keine Ahnung. Au. 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 Bäh. Ja, da kommt keiner durch. Tut mir leid. Muss ich wohl von der anderen Seite hin. Ja. Au. Au. Bäh. Kommt schon. Ich brauch Äpfel. Nix ist. Am Arsch. Ja gut, hier könnte ich jetzt runter und zu dem Kram, aber... Nun ja. Wuh. Am Arsch, Kollege. Ist nicht. Ein Leben. Immer gern gesehen. Zack. Er kriegt auch der mit dem Move. Und... Doppelknüppelkeile Deluxe. Lauf ich hier überhaupt richtig? Autsch! Super. Mehr Äpfel! Oh. Verstärkt das? Nice! Nice! Okay, ich hätte es vielleicht nicht verschwenden sollen, obwohl... Oh! Die explodieren ja nicht krass. Wusste ich es doch. Nice. Äpfel for the win. Längere HP-Leiste wäre auch mal nice. Bestimmt auch. Oder... Keine Ahnung. Neuen Kampfanzug. Den von Mutten Roshi. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ja. Lol. Nice. Wie ich das Problem gelöst habe. Oh, die Explosion von den Herren ist echt nicht fein. Au. Uuuuh. Okay, ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Ich hoffe, das gibt irgendwie Checkpoints oder sowas. Und lange halte ich das nicht mehr aus. Äpfel. Oh. Du Radde. Das ist doch klar, dass das Ding kommt. Au. Nein. Das ist voll unfair gewesen, Leute. Ist die Frage... Okay, das ist geblieben. Und wo bin ich denn hier? Am Anfang von dem Ding? Ganz ehrlich? Wollt ihr mich natzen? Au. Du Bastard. Ach, mein Ding ist jetzt gar nicht ganz aufgeladen. Egal. Oh. Ja. Ja. Jaaaa! Aua. Au, au. Tschüss. Auf. Drauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich denke, ihr könnt es verstehen. Mein Ding ist voll aufgeladen. Aua. Wir waren hier schon. Deswegen... Das ist natürlich ungut. Schon wieder so viel verloren. Loll, lauf ich hier falsch? Ey, komm! Bist du mal fertig, Kollege? Aua. Alles für eine Handvoll Äpfel. Um mich gesund zu ernähren. BAM! Zack. Komm her. Okay, dann nicht. Kapau! Ja! Lol! Hier bin ich ja ganz am Anfang, oder nicht? Ach, du Bastardroboter. Oh, Mann. Au. Du Arsch. Und hinterlässt mir nicht mal einen Apfel. Boah, das wäre mies gewesen, wenn ich wegen dem einen Move da das Ding auf den Kopf bekommen hätte. Au. Kapau! Kapau! Ach. Ja. Nix ist mit Messer. Geschossen wird hier auch nicht. Ja! Hühnchen. Oh, Prinz. Viel auf. Okay. Boah! Au, au, au. Okay. Oh, Gott. Das wird ja ein geiler Kampf. Au! Au. 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 Gut, dass ich das Ding nicht immer wieder neu machen muss. Komm schon. Au. Mann, könnt ihr mir nicht irgendwie ein bisschen HP geben oder so? Ja, ist doch klar. Geil. Ich glaube, damit fast wehtun kann. Ja, klar. Der Kampf ist ja relativ einfach. Mhm. Hm. Au. Au. Ich nehme mir erst den Kleinen vor Autsch Auuuuh Okay, das ist nicht gut grad Ich fress zu viel Nein Komm, krieg ich dafür HP wieder? Bitte Nein 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 Okay Nice Bam Okay, so geht das doch schon Leute So war das kein Problem, die Einfach mal, ups Zu besiegen Mann, 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 Mann Aber er ist schon recht anspruchsvoll auf neutral Vor allen Dingen, wenn man Irgendwie zwei Leute hat, die da rumhüpfen Die man besiegen muss So Wow Zum Kamehameha Was soll ich hier? Story ist mir Wayne Bunroshi Ach, lerne ich jetzt das Kamehameha? Wow Wow Das ist auf Zeit, oder? War das vorher auch schon auf Zeit? Ich glaub nicht Ja, Äpfel Gesunde Ernährung FTW Obwohl Äpfel auch viel Säure enthalten Und deswegen die Zähne angreifen können Also Ein Apfel pro Tag reicht echt Mehr ist nicht so gut Autsch Ihr Behindertenspastis Au Lord, Hauptsache er wird auch davon getroffen Na gut Dann geht's da halt nicht hoch Boah Gut, dass die Bomben nicht so viel Splash-Schaden haben Haha Schade Wenn Doggy kommt, kommt man auf den Palmen springen Auf die Palmen springen Hey, ich will da rein Ja, eine neue Capsule Jawoll Du bist zur Hälfte? Da geht noch mehr Au Komm her Zack Au Schade, ich dachte, er macht Mr. Suicide Jumper Ich hätt's ihm gegönnt Los Ich komm ja schon Alter, die Bomben Komm her